Book 2 16 Jahreszeiten und Wetter Das sind die Jahreszeiten. Der Frühling, der Sommer Der Herbst und der Winter Der Sommer ist heiß. Im Sommer scheint die Sonne. Im Sommer gehen wir gern spazieren. Der Winter ist kalt. Im Winter schneit oder regnet es. Im Winter bleiben wir gern zu Hause. Es ist kalt. Es regnet. Es ist windig. Es ist warm. Es ist sonnig. Es ist heiter. Wie ist das Wetter heute? Es ist kalt heute. Es ist warm heute. Es ist warm heute. Buch und Texte Siehe www.book2.de Schraß Siehez.